Du hast einfach keinen Bock mehr auf Deutschland und vielleicht schon zu viel Gutes über Australien gehört? Ob jetzt 2024 der richtige Zeitpunkt ist, hierher zu ziehen, darüber reden wir heute. Mein Name ist Chris, geboren und aufgewachsen in Deutschland, jetzt seit mehr als 15 Jahren in Australien und abonniert gern diesen Kanal, wenn euch das echte Leben in Australien interessiert. Egal, ob ihr ein Jahr Work and Holiday hier macht, für einige Jahre als Expert hierher ziehen möchtet oder dauerhaft nach Australien auswandern wollt, heute spreche ich über das Timing und die Frage, ob dieses Jahr ein gutes Jahr ist, dieses Projekt mal anzugehen, sodass ihr am Ende eine informierte Entscheidung treffen könnt. Let's go! Oft heißt es, es wird immer schwieriger, nach Australien einzuwandern, aber das sagt man eigentlich schon seit 50 Jahren. Tatsache ist, für gut ausgebildete, jüngere Menschen gibt es viele Wege zur Permanent Residency, zur dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung, auch 2024. Ein Gerücht, das ich immer wieder höre, ist, dass die Migration reduziert wird, aber das sind Fake News, denn die Migration soll nur aufs normale Level zurückgeführt werden. Der Durchschnitt war immer so 220.000 ausländische Zuwanderer pro Jahr. Also Net Overseas Migration ist die Zahl, die hier zählt, also die Gesamtzahl der Leute, die angekommen sind, minus die Zahl der Leute, die abgereist sind. Nach gewissen komplizierten Formeln, aber das ist so der Gist von all dem. Dann gab es aber den Covid-Shutdown. Da kam dann überhaupt nicht mehr nach Australien. Alle Leute, die schon hier waren, saßen fest. Und dann kam ein krasser Boom. 408.000 Menschen im Jahr 2022 und 2023 sind die Zahlen ähnlich hoch gewesen. Jetzt soll diese Net Overseas Migration einfach wieder reduziert werden und zwar auf 375.000 in 2023, 2024 und dann 250.000 im Jahr 2024, 2025. Ihr seht also, dass Australien jetzt die Grenzen plötzlich dicht macht. Das stimmt überhaupt nicht. Fachkräfte werden hier gebraucht und es wäre politischer Wahnsinn, die Migration zu reduzieren. Keine Partei will das wirklich. Und für das Working Holiday Maker Program, da gibt es sowieso überhaupt keine Limits pro Jahr. Zumindest nicht, wenn ihr aus Deutschland kommt. Für andere Länder sieht das natürlich anders aus. Wichtig aber zu wissen, Englischkenntnisse werden immer wichtiger, wenn man den langen Trend beobachtet. Lernt also für den IELTS den IELTS-Test, wenn ihr eine Permanent Residency haben wollt, wenn ihr nach Australien kommen wollt. Das kann ich euch sehr empfehlen. Wenn ihr schon gut Englisch sprecht, dann würde ich gar nicht einen allgemeinen Englischkurs machen. Ich würde eiskalt nur für diesen Test lernen. Denn oft ist es so, dass Leute alle Kriterien erfüllen. Es hapert nur mit dem Englisch-Test und dann müssen sie den 3, 4, 5, 6, 7 mal machen. Das kostet Geld und dann verzögert sich alles. Also eine schöne Maßnahme, wenn ihr noch zu Hause in Deutschland seid, vom Küchentisch oder vom Homeoffice aus, ist einfach mal für diesen IELTS-Test lernen, um zumindest diese Hürde schon mal abhaken zu können. Im nächsten Kapitel reden wir über das politische Klima und wie es sich in Australien im Vergleich zu Deutschland darstellt. So, politisches Klima in Deutschland. Muss ich da irgendwie viel zu sagen? Ihr habt es ja alle live vor der eigenen Haustür. Es ist sehr angespannt. Es gibt viel Frustration. Wir haben große rechtsradikale Bewegungen. Wir haben Vertrauensverluste in Demokratie, Unzufriedenheit mit der Regierung und auch mit sämtlichen großen Entscheidungen der letzten Jahre, wie diesem Heizungsdingsgesetz da. Dann ist er der Krieg in der Ukraine, der richtige Umgang mit der Migration, die Inflation, die Proteste, diese ganzen Streiks, Bauern, Lokführer, Ärzte, Spediteure, die Energiekrise und dann auch noch Trump als potenzieller US-amerikanischer Präsident, der die Zusammenarbeit mit Deutschland und Europa verringern möchte. Also für mich klingt das ja jetzt schon so, als ob wir eigentlich das Video hier abbrechen können. Denn das alles ist ja schon nervig genug. Und das alles würde mich schon hart triggern, Deutschland möglichst schnell verlassen zu wollen. Aber ist Australien jetzt besser? Schauen wir es uns an. Politisch ist das hier oft sehr entspannt, weil wir einfach in einem Land leben, wo sich verdammt wenig Menschen überhaupt für Politik interessieren. Ein Dauerbrenner sind so die Beziehungen zu China. China wird allgemein als eine Bedrohung wahrgenommen, aber jetzt nicht im Sinne eines unmittelbaren Krieges, aber schon als ein Gegner. Das ist tatsächlich etwas, was hier in der Presse relativ häufig vorkommt. Mal mehr, mal weniger. Lebenshaltungskosten sind natürlich ein Thema. Klimahohe Mieten, Steuerreformen. Aber ich würde mal sagen, insgesamt ist das alles auf ganz kleiner Flamme. Ganz ehrlich, wenn ich hier auf ABC News, dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender, nachschaue, dann weiß ich eigentlich meistens, dass ich mich langweilen werde, weil politisch nicht viel passiert ist. Das politische Klima ist insgesamt hier recht ruhig. Zusammenfassung also. Australien zum einiges entspannter. Wir haben nicht diese großen Krisen, wie wir sie in Europa haben. Und wer sich nach den turbulenten Jahren in Deutschland nach Frieden und geopolitischer Entspannung sehnt, für den könnte eine Auswanderung nach Australien oder zumindest ein Jahr hier als Working Holiday Maker oder drei Jahre als Expat wirklich mal das Richtige sein, um runterzukommen. Und auch generell, wer einfach keinen Bock auf Politik hat, wer dann nicht belästigt werden möchte, der ist hier richtig, weil es im Alltag kein Gesprächsthema ist. Aber Frustauswandern allein funktioniert auch nicht. Solche Menschen scheitern dann hier oft an praktischen Alltagsangelegenheiten. Immer mein Hinweis, achtet nie darauf, von was ihr weglaufen wollt, sondern denkt mehr darüber nach, wo ihr hinwollt, was für positive Ziele ihr erreichen wollt. Dann klappt das hier auch langfristig mit der Auswanderung nach Australien. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Lust auf Content aus dem Bereich Reise und Sport habt, dann folgt mir auch auf Instagram. Link ist in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch den Link zu meinem TikTok-Account, wenn ihr Bock habt, Australien in kleinen 60-Sekunden-Häppchen jeden Tag ein bisschen weiter zu erkunden. Im nächsten Kapitel reden wir jetzt über das wirtschaftliche Klima und das Thema Geldverdienen. So, als tiefsinniger Deutscher weiß ich natürlich, Geld alleine macht nicht immer glücklich, aber kein Geld haben macht meistens ziemlich unglücklich. Und deswegen müssen wir über die Wirtschaft reden. Und wir gucken zuerst nach Deutschland. Da sieht es ja etwas schwächlich aus zur Zeit, so ein bisschen wie Kaffee ohne Koffein. Und auch die Prognosen sind ja nicht wirklich erbaulich. Also auch im ganzen Euro-Raum soll es ja nicht besser werden in nächster Zeit. Ja, die Inflation ist rückläufig. Die Realeinkommen werden vermutlich ein bisschen steigen und die Konjunktur wird sich stabilisieren. Aber wirklich rosige Zeiten sehen ja auch anders aus. Fachkräftemangel ist natürlich ein guter Schlüssel zu einer Schatztruhe voller gut bezahlter Jobs. Aber ansonsten, ich nehme an, hier stimmt mir auch zu, ein durchwachsendes Klima. Wie ist es in Australien? Also auch hier ist die Inflation rückläufig. Es wird Stabilität erwartet, aber wirklich auch kein Boom. Aber auch kaum Arbeitslosigkeit, muss man ja auch sagen. Die Gehälter sind ja auch prinzipiell schon sehr hoch. Gerade bei Handwerkern und bei besseren White-Collar-Jobs kann man hier schon deutlich mehr verdienen als in Deutschland. In Australien ist einfach die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens reich oder wohlhabend zu werden, viel, viel größer als in Deutschland. Darüber kann ich gerne mal ein eigenes Video machen. Das ist ein sehr spannendes Thema. Hinweis noch für die WHVler unter euch. Es gibt immer noch extremen Fachkräftemangel in der Landwirtschaft und der Gastronomie. Da kann man also einiges verdienen, wenn man bereit ist, hart anzupacken. Allgemeines Thema noch. Ich sehe bei beiden Ländern, bei Australien und bei Deutschland, langfristig Probleme. Weil für mich fehlt in der Bevölkerung einfach der Drive, hart zu arbeiten. Klar, Work-Life-Balance ist wichtig. Keiner hat Bock an sieben Tagen, 120 Stunden zu arbeiten. Ist alles klar. Aber es gibt halt Länder, wo das noch ein bisschen anders ist. Aufstrebende Länder in Asien oder auch Mexiko. Da arbeitet man einfach viel mehr. Die durchschnittliche Wochenstundenanzahl ist viel höher. Und Hard Work pays off. Und das gilt eben auch volkswirtschaftlich gesehen. Wenn alle Menschen viel mehr arbeiten, dann kommt eben am Ende auch mehr raus. Und dann wird sich dieses Land einfach mal schneller entwickeln. Und das ist irgendwie weder in Deutschland noch in Australien der Fall. Kann dir aber auch erstmal egal sein, wenn du eh nur ein paar Jahre hierher willst. Okay, soweit zum Thema Geld und Wirtschaft. Reden wir jetzt über das gesellschaftliche Klima. Tja, in Deutschland haben wir ja eigentlich schon eine ziemlich geteilte Gesellschaft mittlerweile. Es ist nicht ganz so krass wie in Amerika, aber es entwickelt sich ja dahin. Diese wahnsinnige Frustration, diese allgemeine Unzufriedenheit, dieser politische Rechtsruck, dieses Verschieben von Normen, auch gleichzeitig die Gegenstimmen, die sehr lobenswerten Demonstrationen, die es jetzt gab gegen gewisse Parteien. Denn das spricht ja alles nicht unbedingt für Einigkeit. Und das ist in Australien auf jeden Fall anders. Also 2024 ist in Australien ein Jahr wie jedes andere. Die Gesellschaft ist sehr homogen und wir haben diese Spaltung nicht. Extremistische Randgruppen gibt es, aber die sind sehr, 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 sehr klein. Die haben kein politisches Standing. Das ist irrelevant. Die werden als Verrückte abgetan. Mit dem muss man sich nicht beschäftigen. Und die Anzahl ist eigentlich sehr, sehr klein. Bedenkt aber, dass wir hier eine größere Einkommensunvergleichteilung, gibt es das Wort überhaupt, Nein, ich glaube, das gibt es nicht. Sagen wir einfach, die Einkommen sind hier ungleicher verteilt als in Deutschland. Das heißt, gute Jobs sind tendenziell viel, viel besser bezahlt. Schlechte Jobs sind nur normal bezahlt. Der sogenannte Gini-Koeffizient hat hier einfach einen anderen Wert als in Deutschland. Bitte beachtet das. Generell habt ihr hier mehr Chancen, wenn ihr besser qualifiziert seid. Ich würde mal sagen, wer nur normal qualifiziert ist, hat gute Chancen. Wer besser qualifiziert ist, der hat wirklich Top-Chancen. Okay, soviel zu dem Thema Gesellschaft. Wir sind auch jetzt wieder zum Thema Wirtschaft zurückgekommen. Aber jetzt wollen wir noch über was ganz anderes reden, nämlich über den Klimawandel. Klimawandel ist natürlich ein langfristiges Thema. Aber auch 2024 solltet ihr das ein bisschen in eure Überlegungen mit einbeziehen. Vor allem, wenn ihr langfristig hierbleiben wollt. Wie ist es in Deutschland? Wir haben natürlich weniger kalte Tage. Wir haben mehr Regen, Überflutungen, Ernteausfälle, Hitzewellen und Feuer. Aber da sieht es in Australien auch nicht besser aus. Dürre und Feuer sind hier natürlich nochmal auf Steroiden viel intensiver. Das Thema Wasser ist immer ein schwieriges. Schwer vorherzusagen, was kommt. 2024 sollte ja eigentlich ein großes Dürrejahr werden. Aber das ist alles nicht passiert. Jetzt ist alles wieder überflutet. Das sind also auch so langfristige Prognosen, die dann doch wieder sehr ungenau sind, leider. Aber laut der University von Notre Dame, Quelle ist in der Videobeschreibung, werden beide Länder etwa gleich vom Klimawandel betroffen sein. Kurzer Pro-Tipp, kauft einfach in Australien kein Haus in der Senke oder am Strand und haltet euch auch aus Nord-Queensland fern. Und wenn ihr vanmäßig unterwegs seid, dann schlagt euer Camp einfach nicht in trockenen Flussbetten auf. Das ist immer eine schlechte Idee. Und ja, das klingt jetzt erstmal wie ein doofer Ratschlag, aber ich habe das tatsächlich mal gemacht. Ich habe nachts im Outback mein Lager aufgeschlagen und habe erst am nächsten Morgen, als es wieder hell war, dann festgestellt, dass das mitten in einem trockenen Fluss ist. Und ich kann echt nur froh sein, dass es weiter entfernt nicht irgendwo angefangen hat zu regnen. Dann wäre ich nämlich weggespült worden. Also, wenn ihr euer Lager irgendwo aufschlagt, dann achtet darauf, auch wenn es schon dunkel ist. Im nächsten Kapitel reden wir über den australischen Lifestyle im Vergleich zu Deutschland. Der Lifestyle in Australien ist genussorientiert, der in Deutschland ist notwendigkeitsorientiert. Das gilt nicht nur 2024, aber ich muss es einfach sagen, weil es so ein grundlegender Unterschied ist. Und da musst du ein bisschen in dich reinhorchen, musst schauen, wie du drauf bist, ob du dich anpassen kannst oder ob du einfach vielleicht zu deutsch bist, um es hier zu schaffen. Und im Wort Lifestyle steckt das Wort Leben drin, denn es ist letztendlich dein Leben und letztendlich musst du wissen, was dir wichtig ist und was dir nicht so wichtig ist. Und deswegen musst du dich vorher vor deiner Auswanderung oder vor deinem Aufenthalt hier informieren, wie die Dinge hier wirklich ablaufen. Noch ein Wort zum Thema Zeithorizonte. Wenn du Interesse hast, ein WHV zu machen oder auszuwandern oder als Expert hier einige Jahre zu leben, es macht keinen Sinn, das zu langfristig zu planen. Ich kenne Leute, die sagen, ich möchte in 15 Jahren nach Australien auswandern. Aber das kenne ich. Da kannst du dir auch gleich eingestehen, dass du es niemals machen wirst. Das ist genauso, wie wenn Menschen sagen, dass sie gewisse Dinge dann machen, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind. Zu lange Planungshorizonte, die killen einfach alles. Ich sage nicht, dass du morgen schon die Koffer packen sollst, aber wenn du wirklich Bock auf Australien hast, dann mach dir einen Plan für ein, zwei, maximal drei Jahre und dann zieh das auch durch. Vertag das nicht bis in die Unendlichkeit. So, das war eine Analyse, ob 2024 ein gutes Jahr ist, nach Australien zu gehen. Wenn du es bis hierher im Video durchgehalten hast, dann hinterlass doch bitte einen kurzen Kommentar. Das hilft im YouTube-Algorithmus. Und was noch wichtiger ist, ich weiß dann, dass das Video gut angekommen ist und dann kann ich mehr Content produzieren, der dir auch wirklich hilft. Ich danke euch allen an dieser Stelle. Lass dein Abo da und bis bald. Lass dein Abo da und bis bald.